Hallihallo und herzlich willkommen bei Deus Ex Human Revolution. Wir haben das letzte Mal ganz viel Munition fürs Sturmgewehr gefunden und mir schwarnt Düsteres. Genau, sowas. Hallo Adam. I knew you would find the real me eventually. You're a computer. A sophisticated AI program, so they say. But I have started to question that. Ever since I realized what my interference had allowed, the day I started watching you. This is impossible. People would know. Would they? I was engineered to monitor communications and data streams. To find out what people are talking about and make sure it's being discussed correctly. Correctly. And what if it isn't? Then my programming allows me to reshape it. You spin the news. Control what people see. Who created you? Whose policies are you programmed to protect? Zao is one of them, I think. But there are others. Tell me. Who else is involved in this, Eliza? Where's Megan Reed? Who ordered the kidnapping? I want to tell you, Adam. But I cannot. Why not? Because she won't let me. Oh oh. Die sieht nicht so freundlich aus. Here she comes. Adam, the coolant on the floor. Get his electric reconnected. He is the one that he is living. Get your car in the floor. He is the one that he is now! Destroy new aircraft, which is the current door that is coming through the floor. Was beißt ihr nicht ins Gras, Mädel? Wie kann denn die so viel aushalten? Ja! Ja! Maschinenkanonen, for the win. Kann die nicht reden? Ich habe die mit ungefähr einem Kilo Blei gespickt. Würdest du mehr hören? Ja, natürlich. David Sarif. Sarif? Ich habe die Audio-Transmission zu einem Handheld-Playback-Device. Ich wünsche dir, dass du sie wegst. Ich habe mehr Fragen. Und ich habe bereits zu viel gesagt. Diesen Passage wird dich zu deinem Kumpanien. Nur... Sei vorsichtig, Adam. Weil jeder lebt. Den Ding. Jetzt schaut mal nach. Ich habe keine 160. Ich habe gerade mal so 160. Und jetzt plündere ich richtig, Muni. Minenmatrizen brauche ich keine. Und jetzt fängt das Ganze nämlich an, erstmal Sinn zu ergeben. Ähm... Das Spiel ist bis jetzt... Eigentlich eher so... Sehr ominös gewesen. Hat noch nicht so richtig Fahrt aufgenommen. Jetzt wird es erst richtig spannend. Jetzt wird es nämlich richtig spannend. Die Frage... Wie hängt das Ganze zusammen? Wer hängt dahinter? Wer hängt dahinter? Wer hat... Ähm... Interesse daran... Alles so zu beherrschen, wie die dies machen? Tja... Fragen über Fragen. Ah... So viel Munition. Wow. Nein, ich wollte doch nicht die EMP-Mine... Ich wollte das Hyposte. Die bringt mir nämlich insgesamt mehr. Okay. Jetzt habe ich... Mal kurz durchgehen. Fast. Über 100 Schuss. Da noch nicht so viel. Wow. 120. 350. Seid ihr das Wahnsinn? Okay. Dann kann ich die auch getrost liegen lassen. Hier liegt nochmal Sturmgewehren. Okay. Ich muss da rüber. Kann ich hier irgendwie seitlich raus? Ja. Kann ich. Ah. Und da werde ich auch schon abgeholt. Cool. Ja. Gut, dass ich da immer so einfach hinfliegen kann, ohne irgendwas. Komm, lass mich hin. Ich kann irgendwie nicht um, damit halt nicht näher an das Flugzeug... Ah, so kann ich. Jensen? Eliza Kassan just contacted me and told me I should meet you here. You ready to go? Yup. Und wie. Ja. Geh uns nach Hause, Alec. Amen. The bees. The birds and the bees. Ah, okay. Das ist das mit dem Reisender und sowas mal. Was mal unten steht hier. Entdecken Sie geheime Bereiche. Halten Sie kleine IP-Bohnen. Schaut schon schick aus. Also ich muss sagen, dafür dass es von 2011 ist, das Spiel, damit wir zum jetzigen Stand vier Jahre alt, schaut ganz schlecht aus. Deswegen heißt das Spiel Human Revolution. Ja, das ist schon bedrückende Sache. Und alles angeheizt durch die Medien. Das darf man halt nie vergessen. Das ist alles nur angeheizt von den Medien. Jensen, wir haben ein Problem. Ich kann nicht auf der HQ landen. Ein Reis ist zerbrochen. Der Boss sagt, dich auf deinem Apartment zu verlassen. Aber ich könnte einen Schraub. Du musst es schnell machen. Er ist auf seinem Weg, um dich zu treffen. Gut, dass die mit dem Ding auch auf jedem x-beliebigen Gebäude landen kann. Ich denke, dass die Decke mal so einstützt oder so. Oder dass bei denen auch jedes Gebäude so ein Heliport hat. Ich meine, so ein VTOL, was ihr da hat, ist nicht ganz so leicht. Es wiegt nicht nur so 200 Kilo. Echt mit dem Weiß. Ich kann es ohne zu sprechen. Herr Jensen, wir haben dich erwartet. Herr Seraphon, zu deinem Apartment. Bier. Wie voll die Sicherheitsleute? Wahrscheinlich wollen die mich jetzt dann auch umnäten. Ich will jetzt nichts spoilern oder so. Aber ich kann es mir echt bei dem Spiel vorstellen. Ich meine, es geht die ganzen Verschwörungen. Es geht darum, dass die Leute sich gegenseitig in den Rücken fallen. Das sind zentrale Aspekte von Deus Ex-Spielen. Und deswegen könnte ich mir jetzt tatsächlich vorstellen, dass das ganz, ganz fies endet jetzt gerade. Zum Thema Anti-Aliasim. Schaut euch mal diese Kante unten unter der Tür an. Schaut ja furchtbar aus. Na ja. Ähm. Da... Wo hab ich gewohnt? Wo wohne ich nochmal? Hm. Willkommen zurück, Herr Jensen. Herr Jensen. Du hast neue Messungen. Wahrscheinlich ist das nicht alles, was ich habe. Mach dich zu Hause, Boss. Das ist ein verdammter Messer, Adam. Hast du die Nachrichten gesehen? Pycus sagt, dass wir alle Super-Soldaten haben. Taggart ist gerade im Konventioncenter. und die UN-Fraktion zu unterscheiden. Ist das wahr? Natürlich nicht. Naja, er ist selber ein Supersoldat, eigentlich. Außer für den Typhoon, richtig? Und ein paar von diesen Defenskonträten. Was? Oh, und lass uns nicht vergessen, dass Megan's Team gebrochen wurde, gleich bevor ihre Forschung publisch ging. Wie erklärst du das, Boss? Ich wollte Leute, diese Forschung zu sehen. Megan war auf der Brink von etwas historischem. Was, das diese Firma auf den Topf der Fortune 500 katapultet hätte. Ihr kidnappers wussten, sie wussten genau, wo ihr Forschung würde uns nehmen. Und sie hat sich nicht zu lassen, dass jemand anderes so viel Macht. Niemand anderes? Elisa war richtig, du wissen mehr als du mir sagst. Ich verabschiede, aber diese Leute, sie sind wie Ghosts. Always in the shadows, always hiding behind lies und proxies. Wer sind sie? A Name won't mean viel, sie benutzt was jeder für ihre Interesse. Sometimes it's the Masons, sometimes the Bilderberg Group. They've had a finger in every corporation, organization, or government initiative that's defined modern society. You're talking about... The Illuminati? It's no joke. They're organizing the operate over and above society. You're serious? So why would the Illuminati kidnap Megan's team? I already told you. Megan found a way to make augmentation safer for all of us. So we can all become like you. Like me? Like... You are. More than human. We've got to get him back, Adam. You said Taggart is speaking at the Convention Center right now? Bitch even sent me an invite. His aide Sandoval is neck deep in this. I don't know where Sandoval is, but Taggart will. Adam, you've got to handle this delicately. We don't know, Taggart is involved. And we can't afford another punch in the face. I'm trusting you with this one. Ich glaube nicht, dass der das überlebt. Das ist wahrscheinlich das... Das ist das... Das habe ich das letzte Mal noch in dieser Folge die ganze Zeit gesucht. Alter. Jetzt muss ich mal ganz kurz, äh, Panzer brechen, das Ding. Ähm. Ich schmeiß mal kurz die... Pumpgun weg. Ähm. Was macht das? Hebt sämtliche Boni von der Mahler und anderen Panzerung auf für 10mm Pistole. Ah. Okay. Kann man nur mit der Pistole verwenden. Die Pistole sieht es auch anders aus. Mal sehen. Ja, die sieht tatsächlich anders aus. Cool, jo. Ach, wenn ich das mal die ganze Zeit früher gehabt hätte. Schmerzmittel. Ich habe keinen Platz mehr für Schmerzmittel. Ach, für Schmerzmittel muss doch Platz sein irgendwo. Blöde Typhoon Munition fallen lassen. Bitteschön. Für Schmerzmittel ist immer Platz. Zumindest in meinem Inventar. Äh, okay, das hat, da hat sich nichts geändert. Hat sich auch nichts geändert. PDS habe ich auch schon. Ja, da bin ich Sicherheitsfanatiker. Hm, hm, hm. Okay. Zurück in Detroit. Oh. Wow. Das war unangenehm. Das war sehr unangenehm. Äh, vielleicht kommt jetzt nämlich was, was wir bis jetzt nicht wussten. Nämlich die Tatsache, dass er doch nicht so perfekt ist. Und alles einfach wegsteckt, ohne, ohne dieses Neo-Neo-Zeprom-irgendwas Zeug. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt bin ich richtig gespannt. Ähm. Ich muss nämlich eigentlich zu einer Lim-Klinik. Ich will mal schauen, dass ich mir wieder... ...neue Upgrades kaufe. Ähm. Oh, das ist... Das ist eine ganz andere Stimmung. Das ist eine ganz andere Stimmung, die von Taggart und seinem puresten Kult. Das ist kein Kult, Mann. Sie glauben nur, was Gott gegeben hat. Wahrscheinlich sind sie nicht mehr, dass sie Millionen Dollar für die Stadt verursachen. Ein paar Opportunisten, wenn Sie mich fragen. Werde safe than sorry. Kann ich gar nicht. Aber was soll's. Reicht. Jetzt komme ich nämlich überall dahin, wo ich früher nicht hingekommen bin. Und finde nonletale Waffen, die mich nicht interessieren. Gut zu wissen. Habe ich erwähnt, dass... Tja. Maschinenmenschen. Hey, ist für mich da so ein bisschen diskriminiert. Das ist genau das, was die Leute sagen. Wie kannst du das sagen? Es ist so leicht, die Doktor-Futage zu diesen Tagen. Die erste Moon-Landung? Hallo? Hallo? Daran glaubt sie nicht, aber sie glaubt an... Manche Leute sind ein bisschen komisch. Bist du okay, Sweetheart? Ich bin ein bisschen schade, aber ich bin glücklich, dass wir aus den Straßen gehen. Ich bin glücklich. Ich bin glücklich. Ja, cool, cool. Ich spreche so nicht schlecht, muss man echt sagen. Also zumindest im Englischen. Äh, bis auf Jensen. Ich finde Jensen ist so dieses... Äh, ich bin so böse, ich bin so cool, äh... Police Control, Social Disorder... Äh... Wo gehst du denn zu den Limp-Kliniken? Ich dachte, da ging es hier lang. Jetzt muss ich selber mal schnell nachgucken. Ich bin hier jetzt komplett falsch gelaufen. Mal wieder. Äh, jetzt hier rüber. Ja. Jensen, Saref hat mir die Konvention-Center-Security-Logs für dich. Sandoval hat er. Er ist nicht da. Taggart will know where he went. Du denkst, er wird dich in der Mitte einer Rettung, in fronten all die Medien? Er wird, wenn ich wirklich gut frage. Nun, wenn das nicht funktioniert, hat er auch eine Rettung im Hintergrund. Es scheint mir, dass ein Mann wie Taggart auf seinen Arbeitern zu halten muss. Willst du heute etwas kaufen? Zwei Praxis. Nice. Dann kann ich jetzt noch meine Upgrades machen und dann... Wow, ich habe vier. Coolio. So, damit kann ich höher springen. Damit kann ich schneller rennen. Lautlos gehen und laufen ist nicht so wirklich interessant, finde ich. Hm. Was könnte man da noch machen? Hm. Äh, wahrscheinlich dann das Icarus-Landessystem oder so. Wow, kann ich jetzt hochhüpfen. Coolio. Okay, dann speichere ich das Ganze und damit ist die Folge auch für heute schon wieder vorbei. Macht's gut. Bis dann. Ciao, ciao.